Gibt's neue Sidecasts? Ne, ne, nein. Wie sieht's auf dem Feld aus? Ist das alles jetzt mal langsam abgeerntet, da hinten? Nein, okay. Dass sich dein Ding so nicht entwickelt hat, ist so'n Witz, ne? Ne, so nicht verstehen uns prächtig. Was haben wir dir zu verdanken? Ah, nee, Korn! Oh, kann es sein? Ah, okay. Das entwickelt sich jetzt gerade einfach so. Poodox entwickelt. Herzlichen Glückwunsch, Papineser. Poodox! Ganz egal, ist ja in der Nähe, ich würd's sagen. Wie geht das nochmal? Man muss noch so'n richtig... so'n mitgeführtes Pokémon auswählen, richtig? Oh, okay, warte mal. Man kann einfach... Das? Die Eiger? Ach, äh, Namen ändern, ja, tatsächlich. Okay. Das ist ganz cool. Ähm... Du hast doch bestimmt... Nee, da noch nichts Neues. Hast du was Neues? Ich hab' eigentlich gehofft, dass die mal irgendwie... weil immer gesagt wird, die haben auch Entwicklungssteine... ...habe ich noch nicht gesehen. So, dann werde ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen was umstrukturieren, hier in den, äh... ...Wiesen. Und zwar... ...möchte ich... ...dann gerne... Nee, stopp. Das wollte ich machen. Die beiden bewegen. Was ist die letzte Box? Ist 14 zurzeit. Nee, 15, 16, 16 ist die letzte. So, dann kommen hier jetzt die beiden rein. Äh, dann kommt hier die Yalga rein. Die Yalga möchte ich nicht mitführen. So eine kleine Legi-Box machen. Dann... ...kommst du erstmal wieder ins Team. Äh... Dann machen wir hier die Evoli-Box in... ...14. Erstmal, ja, dann machen wir die Evoli-Box in 14. 14. Soviel Evolis werde ich zwar nicht brauchen, aber ist okay. Ich möchte mir eine ganze Armee damit aufbauen anstand. Mein Kopf hat mir gesagt, brauchst du, musst du machen. Äh, Shiny-Box... ...wird dann die 16 erstmal. Und... ...die kommen ja alle mit den Sollen mit in die Team-Box. Deswegen packe ich sie erstmal in die Legi-Box. So. Genau, so. Staraptor kommt da auch noch mit rein. So. Okay, die Incognito-Box muss ich auch noch umsortieren. Das wird dann erstmal... ...die 13 wird die Incognito-Box erstmal so. Dann habe ich erstmal jetzt noch wieder ein paar frei. Ein paar halt leider auch komplett voll schon. Ordentliche Arbeit geleistet. Äh... Ja, und dann kann ich zum Beispiel immer mal so zwei Pokémon schon mal hier lassen, die ich nicht unbedingt brauche. Also sowas wie... ...keine Ahnung... ...Santor... ...kommt da hinten hin... ...und... ...was soll die Warte man noch nicht. Noch brauche ich die beiden Eimer. Mindestens einmal. Hört mir gerade einen. Denn... ...ich will ja gleich noch ein, zwei Quests machen, die noch relevant sind. Ähm... ...die man noch durchaus mal zeigen kann. Bevor wir... ...mit dem vervollständigen das Pokérex anfangen. Ähm... ...und zwar... ...das sind... Also erstmal mal jetzt hier mal kurz die... ...die Main Quest. Ein Zeichen der Dankbarkeit. Die Möcke haben uns ja im Pokémon... ...und das andere wird wahrscheinlich dann vom Pearl Clan kommen. Ein Tier schwarzer Albtraum. Oh. ...dunkern im Professor Lavin's Büro und... ...und versuche es zu finden. Du bist derjenige, die meinen Auftrag angenommen hat. Dann... ...kommen wir mal gleich zur Sache. Alten Legenden in Hisui erzählen von einem dunklen Albtraum, der Menschen nachts auf einsamen Faden heimsucht. Ich glaube ja eigentlich nicht an solch Zeug, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Schreckliches Schwarze Pokémon, das so aussah... ...wie es in der Legende überliefert wurde. Das heißt, äh... ...er erzeugten Albtraum gefangen wird, wacht nie wieder auf. Wir müssen... ...also etwas unternehmen, bevor wir jemanden... ...würfen jemanden zum Aufer fällt. Ich habe das Pokémon auf halber Strecke zum Gipfel des Kraterbergs gesehen, in der Nähe der Kletterklippe. Ich war nachts allein unterwegs und... ...wie ist die Legende besagt... ...aber pass bloß auf, dass es dich nicht erwischt, hörst du? Okay. Ah, Jim, hättest du etwas dagegen, die Pokémon, die mir hier im Büro bei der Arbeit geholfen haben, auch die Forschungsexpedition mitzunehmen? Klar mache ich gerne. Great! Ich werde bei der Forschung bestimmt viel Spaß zusammen haben. So, hier bekommt man erstmal noch Otaro. Genau. Und... ...was Perfektes. Lautes erhalten. Gefangenen. Motaro, gefangenen. Bauts. Schreibt ihr Pokémon-Vorschung daran, Bericht erstatten. Yes, Sir. 740. Dann gehen wir weiter in der Forschung. Dann gehen wir weiter in der Forschung. Ach... ...und... 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 So, das war schon mal wichtig. Wichtigkeitspunkt Nummer eins. Hattest du auf dem Fest Spaß? Nö. Ich habe nur so getan. Verstehe. Es war ja auch viel los. Äh... Ich glaube, ich habe sie noch nie so ausgelassen gesehen, wie bei dem Festkommandant in Celestis. Das habe ich... Haben sie sich nur eingebildet, Professor. Äh... Wie dem Marsai, ihr Bericht zum Pokédex, bitte. Ähm... ...und Legenden der Hisui-Region geht, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ähm... Ich habe öfter mal blau gemacht und, äh... ...ich meine natürlich, äh... ...wenn es die harte Arbeit der Ginko-Gelder erlaubt hat, habe ich... äh... Daher bin ich überzeugt, dass ich euch einiges über legendäre Pokémon beibringen könnte. Oh, das klingt vielversprechend! Äh... Dafür werden wir... ...wenn wir ihnen wirklich äußerst dankbar. Gib noch mal in dieser Aufgabe geht an dich. Hör dir an, was der Händler zu berichten hat und kooporiere mit ihm, falls nötig. Wir werden dabei versuchen, auf andere Weise Informationen über Pokémon zusammenzutragen. Wunderbar! Äh... Wäre es, wenn wir uns in der... ...Anhöhen-Basis treffen, Dream of Man. Let's gooo! Die Mythenjägerin. Ich hätte da nämlich noch eine Bitte an dich. Bis später. Okay. Wahrscheinlich würdest du gegen mich kämpfen. Okay, ähm... Gut, der hat seinen Produx. Gibt es jetzt hier irgendwo noch eine Quest? Nein, gut. Perfekt. Dann... ...möchte ich aber als erstes einmal... ...vor ich jetzt irgendwo anders hingehe. Äh... Gaslamp-Basis möchte ich tatsächlich. Äh... Ne, Quatsch. Hier wollte ich gar nicht hin. Ähm... Ne, hier wollte ich tatsächlich nicht hin. Warte mal. Aber das ist halt ein bisschen doof, dass man halt immer zu den... Oder kann man... Warte mal. Kann man? Wenn man hier ist, kann man dann zu anderen Regionen reisen? Ne, ne? Oh, doch, warte mal. Ne, kann man nicht. Okay. Die Diamantsiedlung. Da wollte ich nämlich hin. Neue Nebenmissionen haben sie der Kühnheit. Okay, warte mal. Dann machen wir doch erst mal die Quest hier. Gucken wir mal, was die macht. Ähm... Die Mythenjäger-Quest. Huch. Achso, das ist der Typ mit dem... Ballon-Kram. Der mir egal ist. Hey, die macht mal einen. Äh... Sieh dir das mal an. Und zwar ganz genau. Die Muster sehen aus, als seien sie Pokémon nachempfunden. Ich vermute, dass es sich um... Schriftzeichen handelt. Quasi um Hyroglythen. Nachdem ich verschiedene Ruinen untersucht habe, bin ich zu den Schlussfolgerungen gekommen, dass sie alle eine folgende Geschichte erzählen. Ein tapferer Jüngling macht sich Seite an Seite mit Pokémon auf, um die Fragmente einer allumfassenden Gottheit aufzuspüren. Allumfassende Gottheit? Genau, ich spreche von der allumfassenden Gottheit, dem Schöpfer des Universums. Sein Name lautet... Arceus. Na, der Name Arceus ist hier doch sicher schon einmal untergekommen, oder hab ich recht? Ja. Natürlich, du beschließt die Hände, die Hisui vor dem Untergang bewahrt hat. Und was die Fragmente betrifft, dabei muss es sich um die Tafel handeln. Du weißt schon, Tafeln wie jene, die du vor den Königinnen und Königinnen halten hast. Auf der Rückseite jeder Tafel sind Schriftzeichen eingraviert. Lies am besten selbst, was dort steht. Lies den Text auf der Rückseite einer Tafel eingraviert steht. In völliger Einsamkeit tat es seine Atemzüge, da war das Universum noch nicht geboren. Das Wesen, von dem hier gesprochen wird, ist Arceus persönlich. Ich mach mal hin, lass uns alle Tafeln sammeln... Was sagst du? Ich hab auch schon eine Idee, wo wir anfangen können. Dafür müssen wir uns tief in den Strapazenheim begeben. Okay. Warte mal, waren hier gerade Taschen in der Nähe? Ja, ne? Ich wollte jetzt als erstes mal ganz kurz noch mal zum See der Wahrheit gucken, einfach weil es kann. Äh... Dann machen wir mal einen Drive-By hier. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Oh. Ist doch nicht, sollte nebenbei immer die Dingens mitnehmen. Darf ich auch nicht vergessen. Jetzt ist ja gerade helllichter Tag, warte mal. Oha, warte mal. Ah! Hallo, Vatribi! Da haben wir unser Vatribi von hier. Sehr gut. Quest-Vatribi gefangen. So, und wenn wir gerade schon hier sind, dann holen wir uns noch das Pannflamm. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen was. Hm. Pannflamm jetzt drehe ich um. Pannflammforschungslevel ist nämlich erst neun. Das ist vielleicht, da muss man hinten zu treffen. Sieht so aus. Sehr gut. Gefangen. So. Und alle, hopp! Ab ins Wasser. Ach, das war schon aggressiv. So. Warte mal. Wo ist mein Marker? Hier ist mein Marker. Da liegt die Tasche. Tschüss! Äh, dann ist hier oben noch eine. Die können wir nochmal schnell mitnehmen. Da liegt sie. Okay. Nein. Äh, Mensch. So. Jetzt geh ich einmal kurz zum See, um mal zu gucken. Ob man in den Seen jetzt Dingens fangen kann. Die drei Legendas. Oder ob man dafür noch was Spezielles machen muss. Kann ja durchaus möglich sein. Ich gucke mich aber trotzdem immer schon mal nach einem Shiny Carpador um. Einfach weil es theoretisch spawnen könnte. Ein goldenes Carpador wäre geil. Ich kann ja noch Millionen von Carpardot fangen, ich glaube, das ist egal. So. Jetzt möchte ich gerne nochmal rein. Ich speichere mal einfach rein, sicherheitshalber. Nicht, dass jetzt hier gleich wirklich Dingens auf mich zurennt und dann... Aber hier ist nix. Wahrscheinlich Teil der Quest irgendwo. Oder einer Questreihe irgendwie. Mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal zum Hain, dann zu ihm hoch. Aber ich würde tatsächlich nicht, bevor ich das mache... Ach, aber doch. Carpardos geben Landsteine. Ja, ja, jetzt hört doch bitte mal auf, mir auf den Keks gehen alle. Oh, halt, stopp. Das sollte ich immer mitnehmen, wenn ich es sehe. Ich will den... Nicht einfach, er hat mir jeden Arm eine Sicherheit. Bitte bringen es... Ach, ich muss es halt zu ihm bringen. Stimmt, ich muss sich da mitnehmen. Gehe ich mal von aus. Ist das Panflamm hier respawn? Das ist das Pan-Pyro. Äh, nee, noch nicht. Nee, anscheinend noch nicht. Gut. Gut, warte mal, dann machen wir mal folgendes. Was sollst du jetzt mal, kann ich den Pin wegnehmen? Dann geht es einmal nach hier. Ja, möchte ich gerne, danke. Dann hole ich mal kurz Sichlor. Ne, nicht Asrum. Pokémon wollte ich haben, danke. Dann lasse ich mal ganz kurz... Schilder mal kurz hier. Aber er meint auch Sichlor, gehe ich mal von aus. Mit einer Sichel an jedem Arm. Das muss Sichlor sein. Äh, da. So. Dann... Nee, ist zu weit oben. Ich glaube, der ist hier irgendwo da. Miau. Braucht auch noch ein riesiges Parmelin. Ja, der ist doch ein bisschen weiter hinten als mein Ping. Und haben wir da wieder einen Panzer? Aber noch nicht. Schon ein bisschen ärgerlich. Ja, gut. Aber wäre doch zu krass, wenn es das irgendwie so unendlich häufig geben würde. Ja, ich muss dich einfach nur hierher bringen. Okay. 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 Ich habe mich die restlichen Blumen sicher. Nur abstellen. Äh, meine Frau will um... Aha, okay. Wie? Was? Verstehe. Ich hätte einfach welche Pflanzen sollen. Welch ein ungeheures Missverständnis. Ich danke dir zum Glück, wenn ich dir begegnet, bevor ich alle Blumen hier schnacken kann. Ich werde Blumensamen von hier mit nach Hause nehmen und sie gemeinsam mit meiner Frau dort einpflanzen. Mach's gut. Meistersamen. Was ist denn mit einem Meistersamen? Wozu ist denn bitte ein Meistersamen gut? Okay, ich kann mir bei zwei Items kaufen. Das ist sehr gut. Uh, da ist ein Donnerstein verloren gegangen. Das ist natürlich immer böse. Wenn Entwicklungssteine verloren gehen, ist das, glaube ich, mit das Schlimmste, was passieren kann. So. Gib diesen Mysteriansorn der Kommandantin des Sicherheitstrops und zwischen Kraft und Tempotechnik einer Pokémon-Attacke wechseln zu können. Ah. Okay. Achso, warte mal. Ich kann herstellen... ...drei davon. Ich würde schon 50 davon. Brauche ich aber nicht. Äh, beleber... Nein, 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 stopp. Ich darf das Lauch nicht ausgeben. Gut, so, dann haben wir die Quest fertig. Dann können wir Graslandbasis, dann drive-byen wir da oben noch die Tasche. Die da. Ja. Können wir gleich nochmal gucken, ob es da unten nochmal Evolies gibt. Nicht mehr beeilen, weil sonst ist es dunkel. Oh, halt, stopp. Ich würde... ...fitkraut immer mitnehmen. Wie gesagt, jemand hier vorne in der Tasche verloren. Ich frage es auch, wo. Also, wo genau? Ich brauche immer noch ein großes Barmellin und ich habe keine Ahnung. Ich herausfinde, ob das Barmellin groß genug ist für den Kram. Bevor ich es fange. Keine Lust, drei Millionen Barmellin zu fangen. Okay, würde ich wahrscheinlich sowieso nicht drum herumkommen, ne? So, hier müsste jetzt irgendwo die Tasche von dem Typen liegen, aber wo? Wenn die jetzt im hohen Gras liegt, dann habe ich eh verloren. Ah, ne, die liegt ein bisschen weiter nördlich von hier. Hallo. So, warte mal. Ganz kurz hier mal rumreiten, damit ich aus meinem Blickreich weiter von den Dingens komme. Okay, warte mal. Ich werde jetzt mal ganz genau den Ping draufsetzen. Also, irgendwo da in dem Wald... Ist das da, Sascha? Ah, ich glaube, da liegt sie schon. Ja, da liegt sie. Sascha, die Tasche zurückgeschickt. Ist ja krass, wie häufig Leute hier an Pokémon sterben. Boah, noch massenhaft mehr Flicklauche. So. Hi, Galopper. Nur mal kurz um dich rum galoppieren. Lass das mal bitte. Bitte nicht angreifen. Ich kann ja mittlerweile zum Glück die Abkürzung einfach nehmen. Übers Wasser. So, das lasse ich einfach mal rüber. Hi, Leute. Tschüss, Leute. Na, gibst du mir das Vital-Kraut-Kranke? Oder Vital-Kraspe? Das ist Holz oder Honig? Oh, Honig. Tschüss. Lass mich mal kurz, bitte. Oh, das ist im Raum-Zeitgefüge bahnt sich an. Da unten, okay. Jetzt gucken wir mal erstmal, was er hier möchte. Na, fahr schon. Wie geht ihr dann? Ah, ist ein Elite-Pokémon? Sei doch so lieb und kümmere dich um dieses Horn, wie sie die. Ich weiß gar nicht, Axanthor, okay. Das ist okay. Axanthor kann Wintertag... Ah, du heiliger. Wintertag, von daher ist das ganz gut. Nee, ich glaube, das war schon richtig. Okay, aber warte mal, dann kann ich hier theoretisch trotzdem einfach das hier machen. Kraft geht weg. Gewehen, Kraft. Natürlich ist das sehr effektiv. Aua. Tonopto, du bist drin. Wir können zweimal Flammburg machen, das ist okay. Es ist schon beim ersten besiegt. Na gut. Oh fuck, jetzt ist er noch dabei. Hoppala. Naja, geil. Oh. Steintafel. Steintafel. Pokémon erwähnt es, der langt ist die Kraft vom Typ Stein. Hatte dieses Pokémon eine Steintafel, nach der wir gesucht haben? Ich habe es zufällig aufgelesen. Jedenfalls war es die einzige Tafel, über die ich Informationen hatte. Mehr weiß ich nicht. Gehe ich davon aus, dass es noch mehr Tafeln geben muss? Ach, du heiliger. Personen in den Sinn, die mit Sicherheit was über die Tafeln weiß. Fräulein Kogida. Ganz genau, Fräulein Kogida schließe ich gar nicht hier rein. Perfekte Gelegenheit. Also lasst uns zur alten Siedlung aufbrechen. Okay, warte mal, bevor ich das jetzt aber mache. Ach, warte mal, hier ist noch das Dingens, ne? Ja. Äh, ich möchte jetzt aber erstmal kurz da unten in diese Raumverzerrung rein. Nur kurz, damit meine Pokémon geheilt werden. Dann Pokémon. Erst mal nicht mitnehmen, aber ich möchte gerne das erstmal hier wieder reinpacken. Und dann habe ich gerade tatsächlich überlegt, ob ich jetzt anfange, schon die ersten mitzunehmen. Aber... Hier ist sowas wie Bautz oder Otaro, zum Beispiel. Ich werde erstmal tatsächlich noch das Team an sich behalten. Wird gleich noch schwer genug werden. Ähm... Wann dahin? Nein, mich. Nein, mich. So, da unten will ich hin. Hallo Pikachu, tschüss Pikachu. Ich lasse mich mal in Ruhe, bitte. Ich will ja nur erstmal schon mal ein paar Sachen einsammeln, die ich nachher dann nicht voll sammeln brauche. Oh, heil auch noch. Danke. Willst du mir echt auf den Sack gehen? Na gut. So, zu weit besiegen und mit Elektroattack besiegen ist, glaube ich, ein Teil, ne? Ich vertreibe mir mal kurz die Zeit, bis es losgeht. Das hat auch nur Level 24. So, jetzt warte ich eigentlich ohnehin, ist noch ein Ding. Ein Kraut. Ein fit Kraut. Ich denke, ich kann hier auch mehrere Kämpfe gleichzeitig machen, oder? Ich denke, muss das einfach noch auf mich aufmerksam werden, denke ich. Das ist jetzt beide, ja, ich habe beide, sehr gut. Oh nein, es hat den Stoff gemacht. Donner Schock! Ich kann auch Donner machen. Okay, jetzt warte ich tatsächlich einfach nur darauf, dass es losgeht. Guck mal, ob ich aus den Steindinger noch irgendwas bekomme. Und was gut ist, eventuell. Das Vitalkraut hiermit, oder die Vitalknospe. Guck mal, ob ich aus den Steindinger noch nicht mehr schluckt habe. Ich habe das zu weit gesehen und habe Angst bekommen, habe ich mir erst mal verschluckt. und ich habe dasмотр und vere Ahnung. Danke. Danke, danke. Danke, danke. Und ich habe was truc treating uns nicht abhängen.